Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Das ist Mobbing. Du stellst die Kiste her und dann tust sie weg. Ja, ja. So. Ja. Oh, ich hab keinen Hax. Wo ist meine Hax? Wie komm ich jetzt an die Kiste ran? Oh, da ist Feuer. Geh mal da. Bist du eingerastet? Du bist eingerastet. Ey, ich krieg die Kiste doch. Kiste sind schön. Ah, Konzentration, Abklingzeit. Ich krieg so viel auf Abklingzeit. Aber ich weiß ganz genau, was für einen ich will. Ich will den Tür-Bustpanzer. Ich schmeiß mal einen Stein runter. Denkst du, das hilft? Keine Ahnung, aber hier ist was. So, alles mitnehmen. Oh. Mal kurz. Durchgreifen hier. Hallo? Wir sind noch zu schwer, Kleiner. Ja. Ab. Weiter geht's. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Ich überlege es nicht. Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Das sieht aus wie ne... Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Die haben hier eindeutig mit gewohnt irgendwelche Leute. Guck mal her. Konzentrieren, Junge. Oh nein, Gegner. Ich hab keine Axt, warte. Jetzt geht's. Ohne Axt geht das nämlich nicht. Bam. Tschüss. Boah, ich war gerade in der Schutzbeirat. Ja, verschreiß, fand ich. Ich hab mir schon gedacht, das schaut irgendwie so aus wie eine Arena. Nur halt, dass sie sich bewegt. Das sollte man sonst so ne große Fläche kriegen. So, komm mal her, Junge. Da liegt eigentlich ein rotes Steinchen rum. Jetzt kann ich mal ein bisschen rumragen. Bam. Okay. Und ich kann wieder Ragen. Wie geil. Ich muss da backdotschen. Äh, über uns? Äh, ich hab noch Probleme mit. Und, äh, bei uns? Äh, warte mal kurz, so lange der Eingang ist. Will. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein. Wir stecken fest. Fall war nicht runter, Kratos. Okay. Mhm. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh, Mann. Ja. Sei jetzt bereit. Konzentrier dich! Und? Scheiße. Oh. Ich gucke mal doch gleich. Oh, scheiße. Scheiße. Ich gucke mal. Was ist das für mich? Ich bin echt unheimlich. Und du meinst mal? Was? So war das nicht geplant. Ich wollte es dich so machen. Nein. Ich weiß. Das war vielleicht schon mal schwerer. Aber solche Kämpfe machen mir Spaß. Na gut, ich hab halt... Erstmal... Ja, bitte. Ich will noch ein Troll. Oder Ogre. Ich will auf jeden Fall noch so ein Viech. War echt schön. Hey, meine... Die Dinger fallen runter. Jetzt nicht runter, ich nehme dich mit. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben. Was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt. Auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefüllt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Das ist ein Drache. Ich glaube, ich bin meine Axt. Aua. Ist er auf, mir mit Zuzug zu beißen? Aua. Warum ist da... Warum ist da... Warum ist da... Ein Drache? Was tut du da? Halt dich bereit. Warum ist da ein Drache? Okay. Da war er einfach ein Drache. Das ist so heftig. Halt. Wow. Was war das? Das Spiel hat mir gerade was gezeigt. Ist das ein Harz? Kristallisiert. Und es birgt Macht in sich. Ach ne. Also wie die Axt. Was? Wie die Axt. Okay. Wie die Axt. Ja doch, wie die Axt. Ich bin gestolpert. Da schreit auch einer. Hörst du das? Da schreit eben jemand. Der Schrei kam mir nach Sindri vor. Halt ihn. Es ist Sindri. Sag ich doch. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Geht? ... ... Das war's für heute. Ich glaube, Gratus ist schwer zu verdauen. Schau dir mal vor, du hast Gratus im Magen. Okay. Okay, sind sie größt. Ich habe ja fast den Verdacht, die Frauen über sie kommen. Okay. Ich muss diese einfach mal. Ja, ich habe ja auch noch. Oh, ja. Okay. Okay, wir brauchen die Wurzeln. Immer wenn der so elektrifiziert. Das ist auch so ein Ding. Warte, 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 warte. Au. Au. Ich könnte weh tun. Soll ich jetzt machen? Soll ich nur angreifen oder was? Au. Okay, man kann es nicht dodgen. Doch. Klauern, das auszuweichen. Ah, oh shit. Weil der saustark ist mittlerweile. Das macht ja wieder so ein Blitzzeug. Treffer. Nochmal? Okay, ich muss nochmal. Was war denn hier? Äh, ich weiß nicht, was ich denke. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Getroffen. Komm her. Komm her. Oh. Ich hoffe, da ist ein anderes 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 Muster. und jetzt ist hier natürlich kein zu denken er fängt wieder Arbo an damit, dann holen wir mal eine Würstel Schlepper noch eine Treffer Einmal musst du noch anschlauen Ich weiß mal wie stark das eigentlich ist Ich habe eine Idee, mach dich bereit auf mein Zeichen den Kran herab zu lassen Das ist mir egal, sei bereit Oha 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 Wie schießt das Ding gerade hin? Wer ist gerade wie ein Depp? Ja Pfeffer 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 Ist schon geil. Boah. Ist das geil. Und Sintry hat natürlich einen Laden hier oben. Na klar, Sintry. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Händel, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh. Naja. Warte. Äh. Ist das nicht... Ähm. Warte, warte, warte. Wie hast du die in den Sack getreten? Hast du deinen Bruder gesehen? Ja. Er sagt, du hast kein Talent. Oh. Und dass ich schrullig bin. Nein. Bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe. Nein. Den Zweck vorziehe. Dass ich hochnässig bin. Nein. Und verklemmt. Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Verbrenn das. Ich hab keine Zeit für sowas. Nein. Nein. Warte. 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 Ich hab ne bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Aber da sind wir dabei. Der ist auch voll mit dem roten Zeug. Bistisch den Reh. Ja. Den fass ich nicht an. Halt. Oh. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinem Bogen. Zweimal sollte rein. Ah, schön, sachte. Schockpfeile. Cool. Wie wechsle ich die? Wow. Oh, klar. Jetzt sei der beeindruckt. Nach oben, oder? Nach oben. Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Wenn du auf der verstarnte Weltenbaum... Oh, du hast dich schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Wir sind... Ja, ja, schön, aber guck mal. Waffenverwässerung ist super. Aber guck mal. Äh. Herstellen. Was wollten wir denn herstellen? Ach ja, hier. Nein, nicht die Vergessenen, oder? Nein. Was wollten wir denn herstellen? Wie gesagt, aber das wollen wir willig haben. Wann ist doch die Vergessenen? Ach so, ja, die Vergessenen wären schon geil. Und für den jungen Herren? Au. Auch mittlerweile erhöht. Okay, manchmal... Ja, komm. Das kriegst du. Ausrüsten. Axtknauf. Uh. Das Knäufe. Wir haben jetzt einen, der eigentlich alles macht, ein bisschen. Aber mal, ich muss mal kurz gucken. Ist der auch schon drei? Den wir haben, der wäre auch schon drei. Kriegt mir natürlich auch... Ne, der macht nicht alles. Aber als erstes ist erstmal ganz wichtig. Bam. Die Axt. Alter, wie geil die jetzt ausschaut. Nochmal Frostflamme. Okay, Klauenbogen. Geht nicht. Klauenköcher geht nicht. Brustrüstung. Ach. Da ist mir der... Ja gut, den verbessere ich auf jeden Fall. Axtknauf. Talisman. Kann ich nicht mehr verbessern. Brauche ich welchen Schlauch? Hier. Die haben wir ja eigentlich erst geholt. Oh, wir würden da sogar Vitalität dazu bekommen. Ach ja, Tiers verlorene Panzerhandschuhe. Wir haben ja nur einen Teil von Tiers. Aber da brauchen wir noch Egeas Gold 1. Das wollte ich verbessern, weil da kriegen wir das meiste von raus. Weil für alles andere brauchen wir auch Egeas Gold. Hier. Überall brauchen wir Egeas Gold. Und ich glaube, ich kann das nicht bei ihm kaufen. Ich kann nur so Zeug kaufen. Das ist mir aber egal, ehrlich gesagt. Weil das langweilig ist. Äh... Verkaufen. Oh. Mann, ich drück' da immer den falschen Knopf. Brauchen wir ja alles nicht. Kann auch weg. Ressourcen, Egeas Gold. Ja gut, das würde ich eher haben. Was ist das? Verlorene Gegenstände. Achso. Ne. Ich habe hier gerade verkauft. Zwei Zauberplätze würde ich halt da kriegen. Wir brauchen echt nochmal Egeas Gold. Ich weiß ja, wo es das Egeas Gold gibt. Wir sehen uns. Ziemlich viel. Aber nicht hier. Da müssten wir eher ganz viel über den See drüber fahren. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkeleiben gekämpft. Trolle. Ogre. Und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Naja, Atreus. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Es war gestern. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Atreus, es war gestern. Es ist nur, stark zu sein fühlt sich gut an. Weißt du? Ja. Ich weiß. Ich habe wieder kurz nach. Halb ab. Wir sküren. 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 Was war das? Du hast Potenzial, Junge. Potenzial. Du hast Potenzial. Eigentlich müssten wir da noch mal voll runter. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Oh, ja auch. Schießt da hin. Klicke nochmal da. Äh, ach jetzt können wir hier rauf. Gipf. Ja, da hätten wir so einen Hüpfer machen. Ein paar Meter da klettern. Jetzt müssten wir, oh Gott, wir müssten so viel wieder. Ich will doch. Wo schießt du hin? Da war der Kopf weg. Stimmt ja, oder? Den muss ich ja so kaputt machen. Mit Axt komme ich doch nicht weit. Warum kann ich manche mit der Axt killen und manche nicht? Ist das wirklich okay? So, äh, nein, nicht rot. Weiß. Ja, ja. X20 Erfahrungsmüll, das lohnt sich aber auch irgendwie gar nicht. Hä? Ich bin doch gerade drauf verschossen. Warum geht das jetzt nicht kaputt? Weil wir nicht da lang sollen. Äh, aber. Eine andere Sache. Adreus hat ja jetzt halt andere Pfeile auch noch. Muss ich ja auch mit ab... Aufrüsten. Ups. Mehr Schaden. Alles. So. Ja. Ja. Das? Äh. Was ist das? und anschauen und ziehen sie r1 mit bloßen händen mächtigen drehangriff noch nicht weiter so ok das kann ich nicht trotzen komm her du bist jetzt fällig junge da ist eine brücke aber ach guck mal hier ist das dann kann ich hier muss ich da auch noch mal drauf schießen drüber ja 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 ja